Prost! 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 Tobi! Sein Gegner! Man hätte bestimmt auch noch leichter stellen können. Also die Farbenstimme, ich nehme es überall ein. Das soll ja schon so sein. Dann blick ich mal lieber hin. Du kannst auf dem Sofa pennen. Fabi hat mir gerade geschrieben. Die sind auf der Feier. Das soll total toll sein. Geh mal noch hin. Ich wollte jetzt noch auf die Feier gehen. Anna, du gehst sicherlich nirgends wo mehr hin. Dann geht eher was recht mit. Wie gesagt, du kannst auf dem Sofa pennen. Ist vielleicht nicht so eine gute Idee, wenn du jetzt noch auf eine Feier gehst.